Halli, hallo und willkommen zurück bei Anstoß 3 bei Rot-Weiß Erfurt. Ja, wir sind fulminant in die Rückrunde gestartet mit einem Sieg beim Tabellenführer. Viktoria Köln hätte das geglaubt. Vor allem, wenn man sich hier mal anschaut, Mannschaftsübersicht. Ja, wir sind immer noch mit Abstand die schwächste Mannschaft. Verl im Schnitt 10 Punkte stärker als wir. Auch Oldenburg, alle anderen sind noch stärker als wir. Viktoria Köln hingegen die stärkste Mannschaft. Und ja, so kann man es als Underdog anderen schwer machen. Wir haben 21 Punkte und möchten da jetzt natürlich mit weitermachen. Wir werden jetzt Pressing trainieren und da unsere Kondition auch verbessert werden muss, da auch zwei leichte Konditionseinheiten einschieben. Karre Weiner mit einer Oberschenkel-Fleischwunde. Ja, wir konnten keinen Spieler sofort verkaufen, sodass ich Sorge habe, dass uns das Probleme lizenztechnisch bringt. Aber wir werden erstmal weitersehen. Deutschland gewinnt 14-0 gegen Wales. Wenn wir weiterhin ordentlich wirtschaften, kriegen wir die Lizenz vielleicht trotzdem. So, Götze könnte wieder spielen. Karre Weiner könnte auch spielen. Rostock, die kenne ich doch. Ja, wenn ich mir die 11 angucke, kenne ich die meisten noch. Alle noch Scherada, mittlerweile Stärke 7. Haben sich doch einige gut gemacht. Kenne ich, glaube ich, alle noch, oder? Müssten alle Namen mir noch bekannt vorkommen. Ich müsste hier übrigens mal eingeben, wer bei Standards nach vorne gehen soll. Das macht mal der Wagner. Ansonsten Menzler und Meier hier mal mit Manndeckung. Karre Weiner ist angeschlagen, aber... Götze ist auch angeschlagen. Nee, Sommer kommt dann für Karre Weiner rein. Und ja. Hier kenne ich ja wirklich noch fast jeden. Zu Hause spielen wir auch nicht auf Konter, sondern vorsichtig. Hauen aber auch die Bälle konsequent raus. Hier kann ich das jetzt wirklich mal sagen. Jungs, ich habe unseren Gegner lange genug selbst trainiert. Mensch, die kenne ich doch alle noch von früher. Also da kann ich euch ein paar Tricks verraten. Spieler sind verwundert, weil sie so einen Quatsch erzählen. Ja, nee, stimmt, aber tatsächlich. Holpriger Platzzustand kommt uns aber vielleicht zumute. Rostock mit dem Unentschieden am letzten Spieltag. 1936 Zuschauer, Birdie-Folkstipp 3-2-1 auf Rostock. Und wir gehen schon wieder in Führung. Der Dreier trifft schon wieder, hat aber auch gelb gesehen. 1 zu 0, der Halbzeitstand. Nein, Zagat hat getroffen. Ich bringe hier auch einiges durcheinander. Zagat bekommt ein Lob. Man spricht noch besser zu werden. Ich sage erst mal, konzentriert weiter so. Das geht doch. Genau so weitermachen. Jetzt sind wir über eine halbe Stunde in Überzahl. Kassieren aber trotzdem den Ausgleichstreffer durch Agnou. Dreier hat gelb. Ich weiß nicht genau. Palacios geht auf die 6. Mustafa kommt für Dreier in den Sturm. Wir haben Überzahl. Da spielen wir jetzt nicht mehr vorsichtig, sondern normal. Und die drehen das Spiel. Da müssen wir jetzt kontrolliert offensiv spielen. Den Einsatz erhöhen. Ah, jetzt liegen wir hinten. Ich bringe Karl Weiner für Sommer. Taktische Gründe. Und Leibold für mich. Da ist der Ausgleichstreffer. Saga trifft schon wieder nach Vorlage. Mahi. Mal wieder ein torreiches Spiel. Gelb für Grassi. Und das Spielende 2 zu 2. Wir haben fast die gesamte zweite Halbzeit in Überzahl gespielt, aber dennoch ein weiterer Punkt gegen den Abstieg, gegen eine stärkere Mannschaft. 30.000 Euro eingenommen. 8.000 Euro Prämie bezahlt. Saga hat schon wieder mit einem Doppelpack. Oder hat er doch am letzten Spieltag auch gemacht, oder? Auf jeden Fall trifft er im Moment am laufenden Bandspiel. Bekommt die Note 3 ordentlich. Wir klären dann in der Tabelle von 11 auf 10. 22 Punkte. Jetzt fangen wir doch an mit der Hamsterei. In der Torjägerliste ist Saga auf Platz 8 mit 6 Treffern. Dreier ist auf Platz 18 mit 5 Treffern. Dreier ist auch in der Scorerliste auf Platz 14. In der Elf des Tages niemand. Doch, Saga oder Saga. Wie spricht man den Namen aus? Verratet es mir. So, Webb wechselt von Dortmund nach Lati. Baria von Schalke nach Braunschweig. Skokstad, haben wir den Namen nicht neulich schon mal gelesen, von Real Madrid zum 1. FC Köln. Enderle von Würzburg nach Athletik. Bilbao-Koplin von Stuttgart nach Valencia. Pelingsi von Stuttgart nach Osnabrück. Saga von Jena nach Marseille. Gerard von Bayern nach Jena. Peneff von Frankfurt nach Sevilla. Jebali von Gladbach nach Real Madrid. Wir spielen gegen, ja, die Geister-Mannschaft. SC Fair 2. Das heißt, wir haben jetzt quasi trainingsfrei diese Woche. Oder spielfrei diese Woche. Haben in dieser Woche 17.000 Euro verdient. Lizenz würden wir immer noch erhalten. Vielleicht wird das ja mit einkalkuliert, dass wir den Transferüberschuss ja quasi im Sommer bekommen. Kawana wird besucht, auch wenn er ja eigentlich schon wieder fit ist. 69% Vorstandsvertrauen nur noch. Warum? Warum ist das gesunken? Wir haben noch einen Punkt geholt. Gegen den Finanzen oder was? So. Gegen Fair. Müssten wir jetzt eigentlich drei Punkte bekommen. Aber ich glaube, es bekommen einfach alle null Punkte. Sodass uns das in der Tabelle nach hinten werfen dürfte. Aber alle anderen Teams, die meisten anderen Teams werden dann ja auch noch dieses Spiel gegen Fair haben. Spiel in Anführungszeichen. Frankfurt gewinnt 5 zu 0 gegen Samara. Ist damit noch nicht sicher weiter. Stehen auf Platz 2, haben aber gute Chancen. Düsseldorf verliert 0 zu 3 gegen Mailand. Leipzig verliert 0 zu 2 gegen Osasuna. Leipzig ist damit ausgeschieden. Düsseldorf ist weiter. Düsseldorf ist im Viertelfinale. In der Europa League. Die Hinspiele. Leverkusen gewinnt 2 zu 0 in Nizza. Union Berlin gewinnt 2 zu 4 in Pilsen. Herrwagen wechselt ablösefrei nach Bordeaux. Wir spielen in Verl. Was aber? Warum wird mir das jetzt hier als Spiel verkauft? Ist doch kein echtes Spiel. Ja, bin ich mal gespannt. Ich habe meinen Produktionsteam hier angeboten, um das für sie ein bisschen unterhaltsamer zu machen. Jetzt noch ein paar Effekte einzuspielen. Damit es so rüberkommt, als wäre es ein Spiel. So, Film ab. So, um, wir freuen uns, wenn wir euch noch nicht unterhaltsamerikan club. So, ich hoffe, ich habe halt wiederstellt, um das für sie ein bisschen unterhaltsamerikaner. Und da ist es ein Spiel. So, ich habe wir auch schon über die Fekte. Leipzig werden. Wir brauchen noch ein bisschen unterhaltsamerikaner. So, ich habe einen Spiel. So, ich habe einen Ballon-Krimmus. Und da habe ich immer drin. So, ich habe noch ein bisschen eine Fekte. So, ich habe hier ein bisschen eine Fekte. So, ich habe auch片-Groß oder die Fekte. So, ich habe mich gerade gefallen. Ja, war nicht der spannendste Film, Tore gab es auch nicht. So ein paar gelbe Karten hat sich unser Zufallsgenerator da ausgedacht. Aber wie Sie sehen, in die Wertung geht es nicht ein. Deswegen haben wir jetzt 18 Spiele, während die meisten anderen Teams 19 haben. 0 Punkte fallen dadurch in der Tabelle. Aber wie gesagt, 15 weitere Teams werden das auch noch so handhaben. Warum da jetzt eine gelbe Karte angezeigt wurde? Ich denke nicht, dass die in die Wertung eingeht. Und ansonsten, wie sich diese eigentlich spielfreie Woche auf den Zustand der Mannschaft auswirkt. Und das werden wir jetzt nicht im Detail analysieren. Da könnte man jetzt Studien und Analysen drüber anstellen, ob das für die Spieler und deren Fitness jetzt gut war oder nicht. Wir wollen es jetzt nicht zu sehr ins Detail führen. Und gehen jetzt einfach weiter, tun eigentlich am besten so, als wäre nichts passiert. Ist ja eigentlich auch nichts passiert. So, hier auf anderen Plätzen ist aber was passiert. Gladbach 2 gewinnt 4 zu 0 gegen Oldenburg. Uerdingen gewinnt 1 zu 0 gegen St. Pauli. Bremen gewinnt 2 zu 1 gegen Wolfsburg. Meuselwitz gewinnt 4 zu 0 gegen Hannover. Reden spielt 2 zu 2 gegen den HSV. Paderborn gewinnt 2 zu 1 gegen Berliner AK. Rostock gewinnt 2 zu 0 gegen Köln. Und Magdeburg verliert 1 zu 2 gegen SC irgendwas. Dürfte wohl der andere SC Fair sein. Karl Zeiss Jena möchte mich haben aus der 2. Liga. Den Verein kenne ich. Den kennen wir hier als Zuschauer dieses Programms bestens. Die wollen den Klassenerhalt, was da schwierig wird. Spieler kenne ich mittlerweile dort keine mehr. Außer Tollian, der mit mir ja mal zusammen gearbeitet hat. An anderer Stelle. Ja, da würde ich direkt das Fünffache verdienen. Wäre ein Idiot, wenn ich Nein sagen würde. Aber ich möchte nicht einfach eine Mission sofort schnell abgeben. Mir geht es ja nicht nur ums Geld, deswegen sage ich Nein. Erstmal. So, Kalou wechselt von Viktoria Köln nach Waterford. Hall wechselt auch von Viktoria Köln. Ja, die haben alle keinen Bock mehr nach der Niederlage gegen uns. Nach Darmstadt. Brown von Nürnberg nach Everton. Wolf von Düsseldorf nach Leeds United. Smith von Girona nach Frankfurt. Herrwagen von Würzburg, Stärke 12 nach Bordeaux. Abela von Leverkusen nach Bayern München. Hartherz von Dresden nach Gladbach. Bjarnason von Dortmund nach Granada. Oh, Meier wird umworben. Ja, ich hätte mich gewundert, wenn unsere Simulation da jetzt irgendwelche Tore oder gelben Karten ausgespuckt hätte. Ob manche Leute dann wirklich geglaubt hätten, dass das wirklich passiert sei. So, dass sich diese Fantasiespiele gegenfällen. Ja, nein, die wirken sich, denke ich mal, nicht darauf aus. Aber er würde sich auch nicht auswägen, glaube ich, weiß es nicht. Auf jeden Fall, wir haben das Spiel, dieses Geisterspiel hinter uns gebracht, sind alle so ein bisschen konfus. Wir trainieren in dieser Woche gemischt mit einigen Ergänzungen Radfahren, Reklamieren und Ecken trainieren wir mal von Montag bis Mittwoch. So, 70 Prozent auf einmal wieder. Warum das jetzt gestiegen ist, weiß ich nicht. Danilo Meier wird umworben, aber eigentlich können wir die jetzt runternehmen von der Transferliste. Weil das ja alles erst Transfers für die kommende Saison sind. Wir wollten ja eigentlich sofort wen abgeben. Den Meier möchte ich dann eigentlich auch nicht abgeben. Die anderen streichen wir auch. Ein Kader, der so dünn ist, sollte beisammen gehalten werden. Jugendspieler zum Abwerben. Unsere Jugend sieht dünn aus. Aus Aachen ein riesiges Talent. Den verpflichten wir dann nochmal direkt. Die Jugendarbeit muss gebessert werden. Das machen wir aber erst zur kommenden Saison. Wir haben in dieser Woche 6.000 Euro verloren. Knapp 7.000 Euro. Also, wir pflegen jetzt auch mal den Platzzustand. Privat. Ist im Rahmen bei den Fans 1% Beliebtheit. Ich stelle ihnen mal wieder Freikarten zur Verfügung. 100. Und stelle auch hier Karten gegen Magdeburg. Vielleicht, dass ich da nie Karten zur Verfügung gestellt habe, ist mir vielleicht an anderer Stelle mal zum Vorwurf geworden. So, wir spielen gegen Reden. So, hier werden 300.000 Euro geboten. Und das ist mir zu wenig, da ich den Spieler ja eh erst zur kommenden Saison abgeben würde. Nein. Europäischer Supercup. Und Frankfurt gewinnt mit 2 zu 0 gegen Nizza. Herzlichen Glückstrumpf. DFB-Pokal-Viertelfinale. Mainz gegen Mainz aus Großedell. Und Mainz 2 gewinnt tatsächlich. Was ist jetzt in Mainz los? Was wird da im Halbfinale passieren? Ich denke mal, die werden jetzt nicht die erste Mannschaft, die ja gerade verloren hat, in die zweite Mannschaft abschieben. Aber Mainz 2 besiegt Mainz 1. Wow. Boah. Und Köln verliert gegen Kaiserslautern. Kaiserslautern. Augsburg verliert gegen Frankfurt. Aber Frankfurt mit vielen Spielen innerhalb von wenigen Tagen. Aue gewinnt gegen Freiburg. Schafft Mainz 2 es jetzt als erste Mannschaft ever, den DFB-Pokal zu gewinnen? Fragezeichen. Das ist doch vorher, denke ich mal, noch nie passiert. Kaiserslautern gegen Aue. Und Mainz mit einem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Gegen den Supercup. Champions League-Sliga wird es sicher nicht einfach. Die Spielfähigkeit Kopfball ihres Spielers Danilo Mayer hat sich in letzter Zeit zurückentwickelt. Er ist in diesem Bereich nicht mehr besonders toll. Ja, weil ich ihn nicht gehen lassen wollte. Aber ich glaube, er wollte ja auch nicht mit ihm wechseln, oder? So, Ehespieler Hede Wagner hat beim letzten Heimspiel seiner Freundin Irene, das ist doch die, die ihm so viel abverlangte, oder? Von dem ganzen Stadion einen Heiratsantrag gemacht, doch sie hat abgelehnt. Das ist nicht spurlos an ihr vorbeigegangen. Das war doch auch eine Irene. War das bei Wagner oder nicht? Nach zu viel Knickknack zu übermütig geworden. So, Hunia und Götze können wieder spielen und nehmen zumindest Plätze auf der Bank ein. Die Kondition ist nämlich hier noch nicht wieder hundertprozentig da. Beim Götze erst recht nicht. Deswegen Götze bleibt erstmal auf der Tribüne. Wir ändern erstmal nichts. Spielen jetzt wieder zu Hause. Vorsichtig. Räden ist stärker als wir, wie alle anderen auch. Stehen aber in der Tabelle nur drei Plätze vor uns. Handsprache schenke ich mir einfach mal 1634 Zuschauer. Oliver Kahn tippt 1-1. Ist das nicht das Logo von Hessen-Kassel? Wir haben allerdings keines der letzten sechs Spiele verloren, die Redner. Ich dachte, der Maier hat es nicht mehr so mit dem Kopfballspiel. Seine Kopffähigkeiten andererseits wurden damit, glaube ich, nicht gemacht. Aber er ist zumindest intelligent genug oder rücksichtslos genug, um in 27 Minuten zwei gelbe Karten zu kassieren. Das muss man auch erstmal schaffen. So, Zagat spielt nicht gut. Irgendwen müsste ich rausnehmen. Aber Zagat trifft in letzter Zeit wie am Schnürchen. Palacios geht raus. Wir müssen den Innenverteidiger bringen. Ording kommt für ihn rein. Zagat muss jetzt alleine stürmen. Der Einsatz muss erhöht werden. Jetzt stellen wir auch Abwehrriegel, einen Abwehrriegel ein. Über eine Stunde in Unterzahl. 0 zu 0 zum Halbzeit-T. 0 zu 1 das Chancenverhältnis. Batz wird gelobt. Freut sich darüber. Ich hatte doch Abwehrriegel eingestellt. Warum wird das nicht übernommen? Jetzt müssen wir aber normal spielen, weil wir liegen hinten. Warum wird das manchmal nicht übernommen? So. Ich bringe Junior für mich. Wir stellen dann auf zwei Stürmer um. So, Brani muss das jetzt alleine machen, links. Und wir stellen auf kontrollierte Offensive. Ah, nein. Jetzt müssen wir auf Offensive. Auf Brechstange stellen. Zagat spielt schlecht. Deswegen wird er auch mal rausgenommen. Wir verlieren leider mit 0 zu 1 gegen Reden. Aber der Maier hat uns auch keinen Gefallen getan. Wir hatten keine einzige Torchance. Der beste Spieler war Schiedsrichter Wels. Ben Manchevic, den kennen wir doch auch noch. Der beste Spieler. Das Spiel bekommt die Note 6 lausig. Und wir fallen auf einen Abstiegsplatz. Von 11 auf 15. Ja, aber wir haben auch ein Spiel weniger als die meisten Teams. Sodass wir das jetzt mal nicht überbewerten wollen. Vell 0 zu 0 gegen Meuselwitz. Wolfsburg 2. 1 zu 0 gegen Gladbach 2. St. Pauli gewinnt 2 zu 0 gegen Paderborn. Jetzt wird es auch mal ordentlich dargestellt. Jetzt können wir auch mal die Ergebnisse komplett lesen. St. Pauli gewinnt 2 zu 0 gegen Paderborn. Erfurt verliert 0 zu 1 gegen Reden. Ja, haben wir gesehen. Berliner AK 0 zu 0 gegen Bremen 2. Hamburger SV verliert 0 zu 2 gegen Magdeburg. Viktoria Köln gegen Vell. Das fand nicht statt quasi. Hannover 96 verliert 0 zu 1 gegen Uerdingen. Und Oldenburg verliert 0 zu 3 gegen Rostock. Auf den Aufstiegsplätzen Paderborn und Meuselwitz. Auf den Abstiegsplätzen wir, Gladbach 2 und Magdeburg. Aber wie gesagt, wir haben ein Spiel weniger als die meisten Teams. Drei Teams mit jeweils 22 Punkten. Unter anderem der andere SCV und auch der HSV. In der Elf des Tages niemand von uns. Viele Rostocker. Und wir sehen Transfers. Bonnet von Hoffenheim nach Hamburg zum HSV. Zell Nulahu von Rostock nach Bayern München 2. Demir von Kalliari Kalscho nach Hertha BSC. Garnier von Union Berlin nach Hammer IF. Wie heißt der Mann? Vokita Sombo. Haben wir den Namen nicht neulich schon mal gelesen? Von Leipzig nach Dresden. Sava von Valladolid nach Leverkusen. Meier verschlechtert sich in der Kopfballbilanz. Hat jetzt eine Woche Zeit, um darüber nachzudenken. Ich nehme ihn trotzdem von der Transferliste, auch wenn er sich nicht für eine Weiterbeschäftigung empfohlen hat in dieser Woche. Vorstandsvertrauen sinkt auf 68%. Wir gucken mal in die anderen Ligen. Beenden dann diesen Part, auch wenn es nur zwei echte Spiele gab. In der Regionalliga. Süd auf den Abstiegsplätzen. Mannheim, Saarbrücken, 1860 und Schalding-Heinigen. Auf den Abstiegsplätzen. Hoffenheim und Heidenheim. In der zweiten Liga. Auf den Abstiegsplätzen. Jena, Osnabrück, Burghausen und Braunschweig. Auf den Abstiegsplätzen. Schalke, Stuttgart und Hertha. Unterhaching steht auf Platz 11. In der ersten Liga. Auf den Abstiegsplätzen. Mainz, Fürth und Würzburg. Auf Platz 1. Gladbach. Verfolgt von Leipzig, Union, Leverkusen, Augsburg und Bayern. Wir haben in dieser Woche 16.000 Euro so viel verdient. Über 200.000 Euro plus. Ich habe zur Not in eigener Tasche noch über 100.000, die ich zur Not in die Bilanz pumpen würde. Ja, Jena wollte mich haben. Die stehen auf dem Abstiegsplatz. Wie lang ist es her, dass ich dort aktiv war? Das war 2030 bis 32. Ja, 12 bis 14 Jahre schon her. Da hätte man mir auch nochmal eine Chance geben können. Damals war ich ja ein Jungspund. Ich habe das deutlich bessere Gehalt ausgeschlagen, weil ich hier nicht schon wieder meine Zelte abreißen wollte. Heute in Erfurt. Hoffen wir mal, dass es die richtige Entscheidung war. Im nächsten Part, ja, hier haben wir das 255 zu 255 gesehen. Im nächsten Part treffen wir auf Magdeburg, Meuselwitz und Uerdingen. Die stehen auf 2, 11 und 17. Punkte müssen her, denn sonst werden wir Platz 15 nicht verlassen können. Ich sage Tschüss, bis dann.